Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nein, nein, das ist nicht nötig. Ja, nicht. Mama auch? Sag es nur. Ein Stänzchen? Vielleicht. Schon gut, schon gut. Bleib unter uns. Du, am Sonntag das Tanz, kommst du jetzt? Das geht, glaube ich, nicht. Hast du mir das versprochen? Nein. Ja. Aber am Sonntag habe ich nicht. Überlegst du es? Also, bis am Sonntag. Hallo. Wo gehst du sonst? Mit ihm? Ja, zweimal, Papa. Und deine Eltern? Er ist aber, weißt du... Meine Eltern sind seine Eltern und meine Eltern sind befreundet. Sie wollen ihn lernen kennen. Wer? Die Eltern. Was? Me? Nein, warum? Vater hat gemeint, ich habe das Herzli verloren. Warte, dann gebe ich es dir gleich wieder zu dir. Nein, hast du es verschenkt? Nein, das geht nicht. Ich bin nur... Du... Freust sie nicht? Nein, mal, nein. Schau mich doch an. Der Vater kennt dich ja schon. Ja, schon, aber... Am Sonntag, um 12 Uhr zum Mittag. Am Sonntag? Nein, das geht nicht. Du musst keine Angst haben. Ich bin ja auch dort. Ja, das habe ich. Aber ich mache jetzt schon mal in die Hose, wenn ich... Du und ich... Und? Was meinst du? Also, gerade gesprächig ist ja nichts. Es ist ganz anders. Es wies ich mal auf, sicher noch nicht. Das verstehe ich. Aber... Sein ähm... Sein Fehler... Du hast uns ja kein Wort gesagt. Was hätte ich so sagen? Wir wären dann ein wenig vorbereitet gewesen, nicht? Aber mir stört das überhaupt nicht. Ach, wie kannst du sowas sagen? Ästhetisch stört das ungemein. Und dann diese Stimme? Ich sehe das schon gar nicht mehr. Und höre, wenn ich so nicht... Der Mann ist nichts für dich. Was? Ich sage Nein zu dieser Verbindung. Und ich möchte, dass dieser euch in Zukunft nur mehr treffen. Das ist mein Leben. Und ich liebe Cari. Und der können wir uns nicht verbieten. Ich kann noch viel mehr. Und wenn du nicht parierst, dann schick dir die ins Felsschlag von Französisch lernen. Das kann ich bereits. Weil Cari ist mein Bestes. Man weiss, es ist nicht ein einfacher Tag für dich. Es ist ein einfacher Tag für dich. Du bist glücklich. Ich glaube schon, ja. Du glaubst es? Ich mache es mir nicht so schwer. Du liebst ihn? Ich habe ihn gerne, Cari, ja. Seine Kinder hätten gerne. Aber es will man noch mehr. Ja. Ja. Mein Herz gehört dir. Ich habe es dir geschenkt für immer. Ich soll dich beschützen und dir Glück bringen. Ja. Ja.